Wir haben 1-0 gewonnen, mit einem Goal von Friedemann Bongo. Nein, nicht nur noch. Für mich ist es etwas gut. Es ist eine große Freude für mich selbst. Für mich ist es ganz gut, dass ein Verein diesen schönen Moment im letzten Spiel der Saison zu erleben und mit diesen 4.000 Fans, die hier waren, um das zu zeigen, dass die Vereine weit leben möchten in dieser Liga und irgendwann in die zweite Division zu gehen. Für mich war das eine Freude, um mich einfach zu zeigen, dass ich immer da für den Verein bin und ich gehöre dem Verein. Es war vielleicht dein letzter Spiel heute und nächste Woche? Ich bin einfach für den Verein da und ich bin bereit, mit dem Verein zu reden. Das einzige Problem ist nur, dass ich keine Marionette bin. Ich bin ein Stürmer und jeder, der mich in Belgien kennt, ich habe immer mehr als 15 Tore in dieser Liga gemacht und jeder weiß das. Die Statistik in meiner Situation spricht für mich selbst. Ich habe ja wahnsinnig viele Minuten gespielt. Ich habe Tore gemacht und ich möchte auch weiter Tore für diesen Verein machen. Aber in dem Sinne, dass ich keine Marionette bin. Und in dem Sinne, dass ich Fußballer von der Leidenschaft bin, dass ich irgendwie meine Fan und alle Leute in der Mannschaft, eine der wichtigsten Mannschaft zu sein. Und das möchte ich weiterhin. Und ich glaube, wir werden mit dem Verein gucken. Ich möchte hier bleiben und ich fühle mich hier gut. Meine Kinder, die kommen hier. Und das ist eine Stadt wie Köln für mich. Und für mich bedeutet das nicht etwas anderes. Und ich möchte einfach hier weiter spielen. Aber an dieser Rolle, eine andere Rolle oder besser gesagt an der Rolle, wo ich hier gekommen bin. Und natürlich habe ich hart gearbeitet für meinen Job, dass ich letzte Saison verletzt war. Und ich habe gearbeitet, dass ich in dieser Saison eine bessere Saison habe. Aber das ist nicht gelungen, was auch immer. Aber ich bleibe positiv. Ich bin professionell. Alle Vereine, alle hier in dem Verein, die kennen mich, wie ich professionell gearbeitet habe. In dieser Situation auch noch. Und ich kann nach der Saison, sage ich mal, jetzt im Spiegel gucken, dass ich alles gegeben habe von dem Verein. Und ich glaube, die Fans spielen das schon mit. Und ich bin immer bekehrt bei allen Fans. Außerhalb von Fußball und Inside von Fußball. Und ich bin ein guter Verein, beliebt. Und keiner kann mir damit einen Vorwurf machen. Und ich bedanke einfach die Fans, die hier wieder so gezeigt haben, dass die auch trotz dieser ganzen Probleme mit der Lizenz und sowas, dass die einfach hier sind und dass der Verein auch mithelfen kann. Wer da mithelfen kann, der sollte mithelfen, weil der Verein gehört in die Kultur der Anwerbner Stadt. Und wir brauchen ja mehr zu helfen. – Wir brauchen ja bis zum nächsten Mal. – Wir brauchen ja bis zum nächsten Mal. – Wir brauchen ja bis zum nächsten Mal. – Dann geht's zum nächsten Mal. – Dann kommt der nächste Mal.